Am Hafen wird ein Tor aufgebrochen und der Alarm wird ausgelöst. Kurz danach steckt der Waffmann Schiedlowski. Und im Hafen? Ist die Videoüberwachung für zwei Stunden ausgefallen. Das geht nur mal groß rechnen. Und wer hat sowas? Stadt, Kliniken, Ministerien. Wir. Einen speziellen Funkstick mit dem passenden Trojaner einstecken. Dann können Sie das alles hier ganz bequem von außen steuern. Der Polizeiruf. Am Sonntag. Im Ersten. Im Ersten.